Also ich fand es sehr toll und sehr spannend und wirklich sehr, insofern sehr anders, als dass man wirklich nochmal in die Persönlichkeit geht und dass du, soll ich du sagen oder Silke, dass du mit allen nochmal guckst, was passt zu mir, was macht mich besonders und das dann auch nochmal hervorhebst. Und wenn du nichts dazu tust und nichts weglässt, genau, also letztendlich diese Klarheit, die wir vorhin hatten, hast du so ein gutes Gefühl dafür hast, was du sagen musst, damit das dann so auf den Bildern aussieht, wie es sein soll, ja, das finde ich toll, genau und ja und es ist einfach erstaunlich, wie toll die Bilder dann, also ich habe jetzt nur auf der Kamera, mal kurz sehen können, aber es sieht schon toll aus.